Ivanov. Linke, pomadig und lustlos in diesem Zweikampf gegen Angelov. Domovszewski. Kobiaschvili, Domovszewski. Noch ein Trick, immer noch Domovszewski, was macht er denn da? Und da ist das Tor. Und das hat sich angekündigt. 1 zu 0, Führung für seine Mannschaft, für die Elf von Stanimir Stolov. Hat Kobiaschvili, Valeriy Domovszewski da durchmarschieren lassen. Hier haben wir noch einmal die Szene. Domovszewski gegen Kobiaschvili. Ein Hack, noch ein Trick, noch ein Übersteiger, den Ball noch vor der Linie. Und dann ist er völlig alleine da hinten, der Emil Angelov. Und Levski führt mit 1 zu 0. Die Antwort vielleicht, Larsen, schießt Tomasician. Und dann ist er in der ersten Hälfte, manchmal auch guten, fast erfolgreich. Dieser Pass zu Sören Larsen. Ja, aber interessiert mich. durch linken 1 zu 1. Einkauf, Kobjashvili, Blasenverlängerung. Korani die Zwischenstation und dann Lincoln. Der Mann, der mit einem wunderschönen Treffer im Hinspiel schon das 2 zu 1 gemacht hat, bringt Schalke wieder zurück ins Spiel. Schalke, Blasenverlängerung.